Was mich in diesem Betrieb irgendwo aufgehen lässt, das sind schon die Bäume hier, also die Kulturen in dem Sinne. Aber eben auch der Kontakt zum Kunden, das ist eben das Nächste. Das ist das Ganze drumherum, dass man weiß, was man produziert, für wen man es produziert und wie der das auch aufnimmt. Worin liegen eigentlich die Wurzeln unseres Erfolgs? Das werden wir nach nun mehr als 50 Jahren Geschichte rund um unseren Hof Oelkers oft gefragt. Eine Geschichte voller Engagement über einen Hof voller Leidenschaft. Alles beginnt 1962 mit der Entscheidung zur Direktvermarktung. Eine Entscheidung, die noch heute genauso fest verwurzelt in der Mitte steht wie unser Hof selbst. Drumherum gibt uns die Natur, jeden Tag neuen Antrieb zu wachsen. Wir wachsen Schritt für Schritt. Was ist über die Jahre daraus entstanden? Ein Hof auf dem Land, umringt von Grün, der zum Ausflugsziel geworden ist. Ein Ausflugsziel für den Urlaub vom Alltag. Hofcafé und Restaurant laden zur Erholung mit Genuss ein. Der Hofladen überzeugt durch Wochenmarktflair und bietet ein reichhaltiges Angebot. Der großzügige Blumen- und Dekobereich lässt keine Wünsche offen. Und nicht zu vergessen, tolle Veranstaltungen und Konzerte, die in der großen Festhalle stattfinden. Machen wir gern. Das allein kann aber nicht die ganze Antwort auf unsere Frage sein. Sind es vielmehr unsere Produkte? Mit unseren Weihnachtsbäumen möchten wir Weihnachtsgefühle, Wärme und Geborgenheit schaffen. Mit weißem und grünem Spargel, der hauseigenen Sorte Buchsbäume und den Heidelbeeren haben wir unsere Wurzeln über die Zeit immer weiter verzweigt. Darauf ausruhen ist für uns aber keine Alternative. Überzeugt glauben wir an die Früchte unserer Arbeit und lieben das Leben unter freiem Himmel in den Kulturen. Unsere Produkte sind der Kern unserer Geschichte. Und doch, sind sie das ganze Geheimnis unseres Erfolgs? Es sind die Menschen, die dem Hof ein Gesicht geben. Mittlerweile arbeiten drei Oelkers Generationen jeden Tag mit Leidenschaft daran, für unsere Kunden noch besser zu werden. Die Freude unserer Mitarbeiter ist spürbar. Leidenschaft ist der Keim für ihr Engagement. Der Anspruch an die Qualität unserer Arbeit ist überdurchschnittlich. Unsere Methoden haben wir den Wünschen der Kunden angepasst. Die treibende Kraft ist ihre Zufriedenheit und Begeisterung. Es ist wohl unsere Überzeugung, das zu tun, was wir lieben und am besten können. Jeden Tag, mit jeder Pflanze und jedem Produkt, für jeden Kunden. Musik Und jetzt wird die Zufriedenheit. Musik 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 Musik